Der Trainer von Marcel, wie fällt das Urteil nach diesem spannenden Wettkampf aus? Erstmal ein Wort zu Marcel selbst. Erstmal ehrlich zu sagen, ich bin sehr zufrieden mit seiner Leistung, weil wir waren immer noch skeptisch, ob wir überhaupt am Start gehen. Es hat trotzdem gelungen, oben unter sechs Athleten zu kämpfen. Beim Anfang hat er sogar geführt, aber es hat Pech und ein bisschen vergriffen. Das halbe Jahr nach der Verletzung, war dieser Wettkampf ein bisschen früh oder war alles im grünen Bereich zuvor? Auf jeden Fall, der ist noch nicht hundertprozentig da mit seinem Bein. Deswegen war es die Entscheidung zu treffen, ob der am Start für den Mehrkampf bereit ist. Ich war selbst verzweifelt, aber wir haben trotzdem die Entscheidung getroffen, dass er doch ausprobieren soll, dass wir danach beim Weltmeisterschaften mit vollem Programm turnen können. Danke und weiterhin einen guten Weg in Richtung WM. Dankeschön. Danke. Untertitelung. Untertitelung des ZDF, 2020